hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen video von pangobuzz ja dem dimensional adventure mobpack mit meinen colonies und so aber das meiste können wir nicht so gut gebrauchen ja trotzdem ja ich bin jetzt in einem raum ganz ja nicht ganz weit unten aber ein bisschen unten wo sind wir auf minus 5 genau einfach unter der basis hier bin ich runter gekommen und von diesem raum cool ich weiß gar nicht was ich mitnehmen soll ich bin total oars niveau ist sicher das sehr interessantes wegen magie nehmen wir das mal mit und dann quelliguel auch kommen dann nehmen wir die entfernung essenz nicht mit die bekommen wir genug so weiß jetzt gar nicht was ich alles sagen soll direkt aber es ist cool namensschild möchte ich auch mitnehmen das kann ich später vielleicht mal mitnehmen jo ich habe einfach sehr viele sachen dabei okay ist noch ein ohr interessant ein griff knochengriff so axolotl rubber ring kann ich denn irgendwie hier ausrüsten beach party dolphin grazen water braiding mit sweat also set bonus da da kann ich das sicher nicht hallo hey okay ich muss jetzt zuerst mal kurz ein bisschen durchschnaufen oder es ist viel passiert ich war noch ein thumbnail holen und deshalb nochmals bei diesem vulkan und ja ich mir gefällt das modpack schon richtig geil aber es sehr schwer also kann ich den ring ausüsten es ist ein ring aber es ist ein ok prostblatt ist grün ok cool aber gibt es mir irgendwas am körper bloß drei rüstung bloß drei rüstung ist im vergleich gut aber ich höre ist das mal noch nicht aus so was haben wir sonst noch eben es ist alles ein bisschen kompliziert und ja muss ich alles noch ein bisschen rein finden ja sonst ist eigentlich nichts mehr so hier haben wir auch denn es ok das ist sehr viele lapis lazuli dass wir nicht tragen können weil wir schon wieder voll sind ok ich weiß dass einfach viel zu viele items droppen deshalb nehmen wir einfach nicht alles mit und ich weiß jetzt auch nicht wie man am besten hoch kommt ich kann ja nicht nach oben sondern nach unten keine fledermaus so mir wurde gesagt ja freut mich dass ich natürlich auch weiterhin schauen kann um so sehen was es denn neues gibt und genau also was genau so für maschinenkraft und so sachen das geht leider noch einige zeit ihr seht es ja ich bin jetzt einfach gerade jetzt nicht ganz so fit also ich habe immer noch sehr gesundheitliche probleme und ja ich freue mich natürlich schon riesig aufs weiter let's play aber es kann sein dass dann irgendwann mal sagen muss ja ich muss jetzt wieder eine pause machen weil es nicht mehr geht und so weiter und eben das moppeg das tut mir natürlich auch ein bisschen worden gerade ich habe lieber kurz wissen auch was ich eigentlich mit euch machen wollte man sieht es auf der minimap es gibt noch ein stollen oder das wird jetzt mich auch wieder ähm jo sehr mit item voll klustern so wie sollen wir das machen das ist einfach ein bewohner aber ich sehe nicht was level up ok cool so oh mein lieblingscreeper ich weiss nicht wieso das mob der mod der so für die creeper und so zuständig sind das machen oder macht aber äh jo ich finde es lustig also es sind einfach so ja sie haben eine chance vielleicht oder sie sie sprengen sich einfach nicht immer richtig in die luft und so weiter genau hier ist noch ein koboldhändler fünf diamantten habe ich cool aber die tun nicht immer gut wow ein beschädigter für einen angeschlagenen Amboss und hier weiter ja wenn man Eisen hat und Numbers dabei hat ja dann könnte man das machen einfach wieder reworken wie Ding aber ich finde jetzt wirklich den Stollen nicht ich muss mich durchgraben scheinbar also machen wir doch das mal hier unten ungefähr auf die andere Seite ist es noch besser schaue ich jetzt nach Norden nach Süden wenn ich jetzt in die Richtung nach Osten schaue dann ist ein grosser Stollen dort aber der ist irgendwie näher aber nicht gerade so auf dieser Fläche ich mag ah da ist mit Anfang vom Stollen gut genau unter unserer Höhle mit dem Raum ja sowieso sehr stark gerade im Moment so also ah ein Silberfisch Spawner ist da irgendwas unten drunter ja Gott diese Grösche immer also Silberfisch sind am Kusten am zerplatzen ich glaube ich muss unbedingt das Bohrner kaputt machen oh der ist sehr wachs äh wer wachs so jetzt es gibt gute Erfahrung nochmals ein Diamant und die wichtigen Schleime die muss ich mitnehmen so Lebenssternen fünf so nochmals ein Skelett ich habe noch keinen Schädel gekräftet das muss ich auch oh jetzt gibt es eine Ruckler bring Level Up oh das war jetzt ein komischer Ruckler okay geschafft Ruckler weg Eisen müssen wir jetzt gerade nicht mitnehmen haben wir Eisenerz dabei das muss ich nicht mitnehmen Denseisenerz auch nicht und ich glaube ich jetzt einfach mal hier durch okay es ist Wasser hier aber vielleicht ist irgendwas also der Stollen hat geht hier weiter oder so sehr viel Wasser oh viel zu viel Wasser okay wo ist der Eingang da unten alles knapp also jo haben wir hier noch die Fackel die letzte ah hier ist noch ein Krieger oh oh je also dann haben wir wieder ein bisschen Platz wenigstens kann es halt nicht ja da sind gerade Erze jo also zuerst einmal eben ja wie man so craftet und so weiß ich noch nicht so direkt das sind also neue Mods manche gibt es schon die ich kenne aber die wurden mit den Versionen auch ein bisschen verändert hier ist ein bisschen lecky habe ich das Gefühl keine Ahnung wieso aber es gibt manche Mods die halt wirklich sehr viel generieren okay wir haben den Sturm gefunden und deshalb kann es schon passieren ich habe kein Ding doch jetzt okay ich habe nur 50 FPS gut möchte natürlich schon mehr haben aber das ist einfach ein gigantisch großes Modpack das gibt es halt dann manchmal und ich habe die Sichtweite eigentlich noch sehr hoch eingestellt das machen viele Let's Player und so einfach wegen um Broadcaster Software oder so wegen dem Aufnehmen Lilithenheit in der Nähe okay einfach wegen der Performance die so Aufnehmen und Leistung machen dann einfach runter weil man auf die Sichtweite am wenigsten Wert setzen muss also natürlich für Landschaften begutachten sonst braucht man die Sichtweite nicht ist überall Silbersee überall mega viel Kies ich glaube ich mal kurz hier durch hier ist Kohle ja okay dann haben wir wieder mal viel Kohle bei Dens also meinen macht viel mehr Spaß man verliert weniger Zeit und so hier habe ich zwei Markte sogar da kann ich natürlich zusammensetzen und hier haben wir nochmals Diamanten sehr gut ich denke wir teleportieren uns nach oben um einfach ein bisschen Zeit zu sparen ich muss ja nicht irgendwie ähm da irgendwas jo äh Challenge mäßiges machen oder aber ich komme sonst nicht gut nach oben ohne dass ich die Landschaft zerstöre und sehr viel meine Spitzhacke wieder weiter benutze die geht sowieso bald kaputt habe aber noch eine ähm und eben einfach was ist das eine Spinne die Pse Quarz vielleicht haben wir hier noch etwas oder hier oben drüber ich sehe es jetzt nicht an der Minimap aber wir müssten eigentlich nach links gehen dann okay hier haben wir ganz viele Spinnen hier ist ein Spinning Spawne irgendwo da oben okay ich gehe mal hin aber nur eins noch nur eins auf oh Gott die kommen schon hier hochgekrabbelt genau hä hä da habe ich schon ein bisschen normale Spinnen Spawne ich kann aber so die Kiste nicht öffnen ich möchte ihn kaputt machen oder ich brauche einfach die Kiste nicht da ist eh immer Schrott drin oh die Beeren möchte ich unbedingt haben nochmal anpflanzen ja was soll ich jetzt tun soll ich ein bisschen essen ich tue mal die Kirschen essen dann sind wir hoffentlich voll das wäre ein einzigartiger Geschmack das ist zwei Herzen erhalten wie viele Herzen bekommt man noch über ist es nicht ein bisschen OP ja krass also es sind Spinnen Spawne die überall Spinnen Spawne das ist gut für eine Falle Limit oder Silbererz also haben wir jetzt diese das ist so Nickel oder Zink ich diese Teile da sind sie ich muss die noch kurz kriegen gut dass man Spinnen auch an den Beinen treffen kann sehr gut aber ich komme jetzt nicht hier hoch Mann weg damit diesen Items ok Naturium Unsinn ich nehme mal Sachen nicht mit und hole sie dann einfach mal ein anderes Mal ein verdammtes Auge möchte ich eigentlich mitnehmen ok dann mache ich das mal so und so dann habe ich schon mal etwas Bestes noch mehr Herzen also kann ich die wieder nicht stacken weil ich schon voll ist ja gut dann sind wir wirklich voll das kann ich aber nochmal stacken Tomatensaam haben wir ich weiß nicht welches aber muss ich nicht mitnehmen nochmals mehr dann habe ich hier eingesetzt ja gut also dann nochmals äh ich glaube ich nehme also Fäden brauche ich das Holzbau hier nicht mehr oder das hier das ist 10 ok die Sachen kann ich alle wiederholen ich mache hier aber auch noch kurzen Wegpunkt mit T1 so damit ich das besser holen kann die anderen oben weil sie ja sind direkt dort wo ich eigentlich runter gehen kann und hier komme ich jetzt gerade nicht durch mach doch das einfach einfach wenn ich es so einfach mache äh wieso es schwer machen wenn es einfach einfach geht gut aber wir finden leider nicht mehr so viel schade ich hätte jetzt gedacht dass man da ein bisschen Zeit im Nesseln kann einen Part machen kann oder so ich könnte noch mehr graben aber ich bin voll und ja jetzt nicht so ist noch so viel weiter zu suchen wenn man einfach nichts mehr einsammeln kann das ist auch wieder Eisenerz kann ich halt jetzt momentan nicht mitnehmen denke ich mache mal hier Schluss oder sind keine Diamanten ob da ist irgendwie Blut ob da ist irgendwas Blut drauf ok ne ich denke wir gehen jetzt mal nach oben teleportieren halt einfach das geht mit diesem Mod so oh so gerade noch da wir noch andere Dinge zu tun haben ich möchte eigentlich nochmals zum Vulkan gehen um dort zu schauen was wir bauen können so ähm ja Tomaten wollte ich eigentlich mitnehmen genau nehmen doch fast alles mit äh Mangos dafür nicht mehr hier habe ich noch ein paar Sachen angepflanzt Bäume sind auch gewachsen das ist ein Mango Tree das ist wahrscheinlich Zitronen genau und da oben ist noch ein großer Baum gewachsen die sind auch alle nochmals reif geworden haben wir irgendwas zu schmelzen nein und ich wollte eigentlich noch Ding finden ähm wie heisst es Keramik weil aus drei Keramik kann man einen Smoofer machen den müssen wir noch holen ich tue jetzt einfach mal hier die Sachen mit ich tue jetzt mal die Herzen auch nicht verwenden weil man die ja per Level Up bekommt und viel zu viel möchte ich auch nicht haben und das muss ich nämlich schon noch schauen wegen einer Röße ich tue mal eine Röße nicht ein Röchroben Röcherschinken auch nicht gibt es keine Rößen mehr ja das sind einfach viele Items ich dachte es gibt Rößen damit wir nicht mehr Essen haben wir haben immer noch nur schlichtes Essen weil der Harvestkraft 2 Mod der ist halt schon sehr aufwendig um Essen da muss man wirklich aufwendiges Essen machen und scheinbar haben sie die Rößen rausgenommen ist wahrscheinlich schon längere Zeit so aber würde gerne automatische Fisch fahren ich tue mal auf den nächsten Part bisschen Fischen auch und ja dann mal schauen ob es irgendwas anderes gibt wenn man nur Fisch eingibt Fischmaschine in der Süphorische Rohstoffproduktion eine Fischerhütte ah das ist ja das Haus ja das könnte man dann haben genau und ich brauche ja einen Platz um ein Dorf zu bauen von meinen Kolonies genau also eine Fischmaschine einfach das Maschinengehäuse netter Ziegel ok können wir noch nicht machen schade aber das würde ich dann gerne machen um einfach automatisch Fischen zu können ja würde ich schon gerne Fischen ich nehme mal diese Marokte mit wegen Handeln so gut also wir müssen eigentlich noch die Hühner sammeln und so jetzt hat das Wichtigste gerade mit also sie sind noch dort ah die überleben noch einige Zeit da machen wir das natürlich dann mehr zu also ich wollte da in den Schummel noch gehen also zum Vulkan zum Schummel da unten ist der Vulkan weil da gibt es noch ein Tempel es gibt noch mehr von einem Vulkangebiet ich wollte eigentlich noch in eine andere Richtung gehen wir gehen mal hier außen herum ich möchte unbedingt noch kurz einen Kirschblütenbaum holen und oh das Zuckerrohr ist hochgelaufen cool da eben die Tempel ich weiss jetzt nicht was ich mit denen anfangen kann die Kisten explodieren ja immer da ist noch ein grüner Baum ich glaube die grünen Baum haben wir gut so langsam bin ich nicht mehr so aufgeregt ob die Monster weil sie immer so Spezialeffekte haben und halt auch ja spawnen überall Monster spawnen können und so bin ich so ein bisschen ja wie unter Druck gewesen bin ich nicht so gerne oder also ich habe es nicht so gerne mega schwer ich habe es gerne normal schwer da oben ist ich will ja natürlich auch nicht sterben oder einfach das Let's Play verzögern ich möchte dass es eigentlich ziemlich gut geht auch so zu meinen Colonies machen dass ich viel Abwissnung zeigen kann und so Experten Schwierigkeitsgrad können wir dann immer noch machen wenn ich dann wieder ein bisschen drin bin aber eben das Wissen ist fast null also die Mods haben sich so stark verändert oder sind einfach alle neu dass ich sozusagen ja fast nicht wissen kann was ich gerade mache sondern alles ein bisschen Stück für Stück lernen muss und wenn es mir natürlich auch besser geht kann ich dann auch wieder ein bisschen schneller lernen das sind Pfirsiche okay jo ähm Wildkorn haben wir glaube ich da oben hole ich mal einen Baum wie hoch kraxle ich jetzt nicht oder hier auch das ist mega cool können hier eigentlich ein Dorf gründen müssen dann einfach nicht mehr schauen dass die Ambys gut laufen können und das wird wahrscheinlich sehr viel länger dauern schöne Wege zu machen für Ambys Absperrungen zu machen zum Beispiel und so weiter ja ist jetzt ja nicht gerade einfach oder also lieber irgendwo wo es noch ein bisschen flacher ist genau also da oben haben wir Beine aber es geht noch einige Zeit tut mir leid dass die Wege so lange sind okay ähm Tannen egal welche haben wir noch nicht oder auch Fichten so ähm ja da drüben ist genug kleine Bäume aber eins ein Baum ohne die äh Bienenwaben zum Beispiel der hier in der Mitte der wird gut auch wahr sein ich bin übrigens wirklich nicht gerade so besonders glücklich gewesen als ich gehört habe ja diese Bäume kommen in ähm Minecraft weil man sie natürlich nicht unbedingt braucht es ist wahrscheinlich nur ein bisschen Mädchenliebe oder so gewesen vom Entwickler und ja halt japanische Leute anlocken da ist ein Dorf gehen wir zum Dorf runter ich schaue mal also die Kisten sollten eigentlich öffnenbar sein dank der Schneeigkeit spawnen hier keine Monster da ist sicher was drunter Analyse übernäht ach schade ok ein Sattel sehr wichtig also oben wird eine Kiste explodieren soll ich jetzt noch weiter hoch denke schon ähm guck mal die so ok hier habe ich auch schon geschaut ein Kartentisch nehmen wir natürlich gerne mit hier ist ein Amboss und hier oben ist auch eine Truhe dann ist das die böse Truhe also die die Mod-Ersteller die wollen dass man das schnell lootet jetzt weiß ich nicht mehr so genau wie man schnell lootet also einfach Umschalt drücken jo easy aber ich sollte vielleicht hier irgendwo Wasser runterfließen lassen also dieser Turm wird jetzt einfach ein bisschen explodieren also nur oben ok geil das sieht cool aus ah da ist wieder dieses Erz ok also ganz schnell looten ok es wird wahrscheinlich explodieren nein ich wollte das äh das Wasser mitnehmen ja jetzt geht's dankeschön ich hab doch gedrückt mein Klöp ist manchmal so schwer zu steuern ok hier leuchtet irgendwas das ist die Blume dort wahrscheinlich hm ja weggeschwemmt hat's wahrscheinlich nichts ich geh trotzdem runter auf Nummer sicher gehen wenn das irgendwie nichts verloren geht was vielleicht selten ist ein seltener Blumen oder so hier haben wir blaues Erz cool äh ich hab Hunger ich kann nicht tauchen schnell tauchen hier haben wir auch nochmals diese ok schauen wir gleich mal was dort ist ähm ok genau der Schlagsack den ich gemacht habe noch so also man braucht drei Wolle die hab ich aus dem Dorf geholt und ähm die muss man einfach so auf die Seite wie ein Bett machen ohne Holz drunter ok also was ist das Block of Luminiere Kalosphäre das können wir mitnehmen aber wenn ich nicht weiss was ich machen muss mit dem es ist der Kalosphäre und hm ok der bringt wisst du gegen Illichr ok jo haben wir wahrscheinlich noch nicht so gut meine Güte schon heftig was man so für items findet aber ob es jetzt alle wirklich auch sehr viel Lust machen sie zusammen und so habe ich nicht so ich nehme nur das Wichtigste mit so genau ich muss essen ähm ich nehme noch die Tomaten damit wir noch einen Platz frei haben geht einfach ein bisschen länger aber jetzt ungefähr genau gleich viel wie einzelne essen sonst also ein bisschen wenig und dafür noch ein Brot weil wenn man mehr vor einem ist hat man dann einfach weniger Lust weniger davon oder weniger Sättigkeit gut also schade dass man nicht so viel rennen kann sonst hat man nicht boah die Berge sind aber auch manchmal hoch jetzt ist ja einfach fantastisch kann ich kurz hier ein Foto machen ähm ich muss kurz anmachen also das M ist hier auf der Börse das ist eigentlich der beste Screenshot Tool auch für das Tool so na gut schauen jo ein Bild ist gemacht so also so Dörfer sind halt auch cool jetzt sie sind nur ein bisschen langweilig weil sie meistens immer die gleichen Gebäude sind also schon unterschiedliche Gebäude aber viele gleichen sich in jedem Dorf ist nicht gerade so ja wie mit dem Standard Spiel wo es auch andere Häuser geben kann sondern eher die einzelnen Häuser ein Korb okay aber dafür sehen sie einfach schöner aus und sind manchmal auch ein bisschen besser zum Looten ja ah da ist er ich finde es gut zu einem kann man eigentlich auch noch craften denke ich und bei uns in der Base stellen solange müssen wir einfach wenn wir halt längere oder ja schlechte irgendwo hinkommen halt einfach dann per dem Minimap Mod machen das ist glaube ich schon die Craft aber es ist ein bisschen schlecht eingestellt und ich weiß nicht wie man zum Beispiel die helle Macht nicht so so Sachen muss ich noch auch ein bisschen reinfinden ja haben wir hier gute Bounties auch immer wohl wie kann ich nicht spinnen und Zombie herholen das Item okay dann sehr schlecht jo eine Glocke wäre nicht schlecht aber drei Schmelzofen die höre ich jetzt nicht her hm okay ist leider ein schlechtes Dorf vor allem die MBCs sind zu wenig hm ja gut gehen wir einfach weiter ähm ich denke wir gehen jetzt einfach eben so zum ist noch was ein Dorf das war die Seite da auf dem Hügel hinter dem Hügel okay okay nice ich ich per Menge einfach man kommt nicht so schnell vorwärts es ist irgendwie so ein bisschen alles zu heftig zu viele Mods so gigantische Mods so mit Items Spam und so einfach die Dörfer sind nicht mehr so wow ein Dorf ich freue mich ich sammle alles ein sondern äh das sind immer die gleichen Gebäude die brauche ich nicht mehr die Sachen unsere Sachen also es ja es kommt erst die Spannung kommt erst wenn ihr länger spielt wenn ihr in Main Colonies dann anfängt und ähm Crate vor allem oder und ihr seht heute läuft es einfach nicht ganz so flüssig weil ich weit am Laufen bin ein Lagerhaus für Main Colonies wieder nicht direkt noch nicht also dann machen wir doch mal Main 1 Main Dorf 1 so weil hier kann ich dann eben wie nennen Sachen holen ein Restaurant ok aber hier findet man keine Kisten nix ich könnte eigentlich das Dorf einfach irgendwie ausbauen oder so die Häuser reparieren eine Wohnstätte geil aber ich möchte natürlich ein neues Dorf gründen am besten eine Location und so hm ok das Dorf das könnten wir ausbauen das ist wahrscheinlich einfach ja ist eigentlich schon so ein Main Colonies oder oh das ist einfach ein anderer Mod man wenn man einfach hoch fliegen könnte mit Elytra und und den den Feuerwerkskörpern so also dann schauen wir mal noch kurz Rüstung wäre nicht schlecht die sammle ich jetzt nicht mehr ein Skulks ja wäre eigentlich auch nicht schlecht ich glaube die Münzen nehme ich nicht mit nur die also Gloves nehme ich noch mit mit den Handschügel und noch die ok dann sind wir leider auch wieder voll gibt es hier noch irgendwas in der Nähe nochmals ein Dorf aber das ist das was in der Luft ist ähm dann einfach durch in die Richtung jo und ja der Part ist schon ein bisschen länger hm ich möchte euch einfach noch kurz den Vulkan zeigen von irgendwo das errennen wir noch ein bisschen durch ich gehe ja nach Hause fische mal einen richtigen Ding und gehe wieder runter um dort ähm zu stripminen zum Beispiel und so ähm Diamanten haben wir ja eben und ähm Diamanten haha aber die anderen Diamanten habe ich ja in der Base gelandet lassen ähm jo machen wir noch die Tür nochmals ein bisschen äh ja Informationen sammeln über ein paar Mots ist aber zeitlich fast fast nicht so möglich bin jetzt gestern auch fast den ganzen Tag einfach völlig geschöpft gewesen konnte da nicht viel spielen weil es einfach auch auf aufs Gehirn geht also das Tamarind Frucht okay ist eben so reif oh wie groß die Gräse hier sind so genial ist das im Stimm der Mod beim so brennt die einfach wieso sind denn die nicht reif macht erstellt die doch reif ich finde Harvestcraft Mod wirklich nicht gute Qualität es ist einfach wow geil Früchte aber sie können nichts also da muss man wirklich erst zu Sumcraften mega Kuchen draus machen ich weiss ja nicht ob ich das jetzt unbedingt so ganze Zeit machen will ob das wirklich ein Mod den ich einfach drausen haben möchte da gibt es sicher auch neue Rye ich weiss gar nicht was das ist Roggen ich glaub das ist Roggen hm da ist noch einer noch ein zweiter Rye und sonst keine Drops ok ich möchte noch eine Tanne holen eine Fichte und irgendwo haben wir noch die anderen Bäume gehabt so ich denke wir machen hier in der Nähe dann den zweiten Part damit wir hier einfach den Vulkan nochmals anschauen können wir haben ihn immer noch von einer Seite gesehen und möchte mal schauen was oben wirklich ist im Krat oder so jo kriegen wir genug Setzlinge kein Setzlinge kein Setzlinge gut also wirklich kein Setzlinge hey was ist denn da los da wird ein Setzlinge wenigstens gepflanzt hier ist kein Setzling gepflanzt worden nix kann ich mit zwei setzlingen leben jo und hier haben wir noch ein schöner Berg da ist äh sieben zu sieben gar nicht so noch Schnee da hätten wir auch nochmals ein Ding gehabt Marineportal so schlafsack ist ein Kugel also damit der Part jetzt nicht mehr als ja 40 Minuten geht ähm mache ich jetzt mal hier Schluss und jo wir sehen ja direkt dann im nächsten Part hoffentlich wieder wenn ihr Lust habt hier also freiwillig hier haben wir auch noch Margoni Bäume so ich werde nach Hause gehen und eben fischen ich werde schauen dass ich ein bisschen mehr Essen bekomme sonst irgendwie und ähm genau wir müssen noch ein bisschen leveln leveln wir zum Schluss also äh ich habe nur noch eins überall habe ich doch nicht gelevelt das letzte Mal also wir brauchen zuerst dann mal Magie ein bisschen Intelligenz ich denke Leben und so also Vitality ich weiß gar nicht was das macht müssen wir das einfach dann ein bisschen später machen ähm eben Mana brauche ich unbedingt da ist unten links so ein Mana Balken der leer ist da müssen wir irgendwie dazu kommen Banus cool okay ich weiß jetzt was ich mache ich mache noch ich tue jetzt hier noch die Bäume Bälle für vier Setzlinge oder für acht Setzlinge und noch ein bisschen Walnuss sammeln das mal so genau haben wir irgendwie selbst jo das Edelwut kann ich dann ein anderes Mal mitnehmen ah hier ist sowieso dense warte lasse ich mal das gibt dann zu viel denke ich nehme diesen bei mir oder der ist ein bisschen zu dicht so dann mache ich da mal irgendwie diesen zwei Bäumen und jo äh dankeschön fürs Zusehen schreibt in die Kommentare was ich ja vielleicht noch ein bisschen besser machen könnte ich bin eben ein bisschen einfach geblufft wie sagt man dem äh so mega eigentlich sehr sehr motiviert aber nicht ganz so äh zielstrebig oder ich bin fast ich werde erschlagen von der Vielfältigkeit dieses Modpacks es macht so viel Spaß dass es fast ein bisschen zu erschlägt ok weil das so schnell ging irgendwie hab ich jetzt schon die Bäume mit zwölf Setzlingen sogar gut ja ok ist auch Frustgarten ah jetzt haben wir wieder keinen Platz dankeschön älter 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 cloudware ah und das ist sehr wichtig baumwolle ok so und blau ist auch sehr wichtig ok jetzt haben wir schon viel zu viel ok gut dann dankeschön fürs zugesehen jo bis zum nächsten paar tschüss j älter